Wäre dieses Momentum nicht auch der Zeitpunkt, wo man seitens Israel klarer kommunizieren müsste, wie man sich eigentlich die Zukunft des Gazastreifens vorstellt, um im Zweifel auch mehr Zustimmung gewinnen zu können? Das ist wünschenswert. Aber möglicherweise ist es so, dass man auch in der israelischen Regierung, auch dort gibt es ja Spannung, sich noch nicht klar ist, wie man weiter vorgehen will. Die Dinge werden noch diskutiert. Auch der israelische Ministerpräsident wird ja im Verlauf der weiteren Entwicklung nicht unumstritten bleiben. Das zeichnet sich, glaube ich, ab. Und auch unter den Partnern gibt es ja keine einheitliche Haltung. Also wenn Sie sich die letzten Tage die Äußerungen des Bundeskanzlers ansehen und das Verhalten des französischen Staatspräsidenten, erkennen Sie da schon Unterschiede. Also es ist ja nicht so, dass die internationale Gemeinschaft da mit einer einheitlichen Position in diese Dinge reingehen würde. Sagt Nico Lange. Ganz herzlichen Dank für diese Analyse. Danke. Gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht es hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.